Servus Kickers Fans, hier ist euer Hasi. Wir befinden uns bereits im Trainingslager, hatten auch schon die erste Einheit hinter uns. Morgen geht es gleich knackig weiter mit zwei weiteren Einheiten. Ich werde euch die komplette Woche über auf dem Laufenden halten. Mit Tagebucheinträgen stellt euch neue Spieler vor. Falls ihr Lust drauf habt, schaltet gerne morgen ein. Macht's gut!